Freunde, ein kurzes Interview? Mit Real, deswegen Englisch. Hey man, du bist jetzt vor dem Spiel gegen Feast. Wie war dein Tag, dein Morgen? Habt ihr einen guten Schlaf? Wie fühlst du dir jetzt? Ja, gestern war ich ein Tag weniger. Ich bin viel weniger. Jetzt ist es eine gute Kondition. Nicht so schlecht. Was denkst du über PvP und Feast? Feast ist jetzt sehr gut. Europäer ist jetzt sehr hoch. Aber es ist koreanisch. Also ist es leicht. Okay, das ist gut. Hast du eine spezielle Taktik? Ich meine, er weiß nicht, wenn du mir sagst. Ja, okay. In der ersten Spiel, in der ersten Spiel, 1-Gate-Hidden-Expo. Ja, ich werde es vielleicht machen. Okay, das ist gut. Man, ich wünsche dir den besten Glück für dieses Spiel. Best-of-Five. Was ist dein Schlaf? Wie ist dein Schlaf? Wenn ich gewinnen, 3-0. Wenn ich gewinnen, 3-0. Wenn ich gewinnen, 3-0. Ja, ich denke so. Vielleicht, ja. Okay. Ich denke, es wird knapp. 3-2. Aber gut, gut. Danke. Danke für die Interview. Zahlen. Hm. Wo ist der Kast, der Kaste Dunkel, von der Ber forcé? Ja,いただ. Holger красot? ặc Auf UNRÄ Pine? Ja,SC Karna. به illusions wäre gut. Vielen Dank.